hallo zusammen und herzlich willkommen zu turniertag nummero 4 wir gucken erstaunlich überrascht auf unsere defensive die noch einen sieg von einem a entfernt ist was relativ nice wäre und uns gut helfen würde und das ist interessant wo kommt denn der her avengers vizeanführer ich wusste doch der name kommt mir bekannt vor ja avengers ist aktuell ziemlich so gehört zu den top 5 allianzen würde ich jetzt mal grob einschätzen und wenn man dann nicht mal ein blaues match kriegt wenn man monoblau spielt hat man meistens ein problem aber auch noch meistens so können wir uns das erlauben ja können wir nein können wir nicht verdammt oh mein gott drückt die schaden so zack 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 das ist die perfekte welle wir wollen nichts kassieren von denen deswegen spiele ich auch gar nicht irgendwie risikoreich rein oh da haben wir den circling wasch besiegt jetzt kriegen wir ja nur noch badman dark ops wieviel haben die ja 328 draußen ist ausschließlich wieder so eine top 20 nummer ähm monoblau ich brauch die sechs steine in ihn glaube ich oh das war glücklich das war glücklich das war ziemlich glücklich das ist auch glücklich machen wir mal den und den reicht das ja das reicht in dem moment können wir das machen machen das machen das und haben auch jacobi weg manchmal läuft's aber wir wollen den tag ja nicht von der aus der ukraine von okay die sind jetzt da ist die allianz nicht so stark ja in solchen momenten hätte man gern mit zu kochen das sieht jetzt nicht allzu gut aus mal gucken ob der diamant uns helfen kann er muss da hilft das schon ein bisschen oh ja oh ja ich mache erst mal den attack ab dann hole ich mir die blauen und dann drehen mal das ganze hier um ja danke fürs connect nee gier so ja anders emblemiert als meiner ähm man emblemiert ihn voll offensiv ich weiß nicht was er da gemacht hat ähm ist auf jeden fall wild emblemiert und ich glaube nicht dass der shadow of elite ich wollte gerade sagen ich glaube nicht dass der zu einer top allianz gehört aber das ist wieder so eine top 5 allianz jetzt kriege ich nur noch die harten trocken oder was ich sehe nur die eine variante jetzt beten ja beten hilft das ist nicht wahr wie viel hat sie denn 44 45 nein ich hätte das nicht machen sollen ich habe gegambelt das hätten mehr punkte sein müssen ich muss sie umbringen tot ist tot sage ich mir oh mein gott das wird ja immer schlimmer dragons of the north ok also ich glaube ich kann ja dann noch mal ich guck jetzt noch mal fix global besten liste top allianzen ok wen haben wir gerade king of north dragon of north die haben wir auf jeden fall gehabt shadow of the leads nummer 18 hatten wir 7 days departed hatten wir gestern oder 7 days hunting ich glaube 7 days hunting hatten wir gestern serotonin hat man schon wo sind denn die avengers sind richtig komplett übersehen batman dark knight sind so weit oben ok die avengers habe ich wahrscheinlich übersehen oder die haben gott member abgänge ok auf jeden fall noch muss man es nicht wieder einkaufen kann aber jetzt passieren sei denn ich krieg blaue matches direkt unter den flanken ich mache das am schlauesten machen das mal so dann hoffen wir dann hoffen wir nochmal und dann drücken wir weil wir kaum eine wahl haben naja zum glück ist der damage nicht gespuddet kriegen wir ihn mit ihm weg natürlich nicht so jetzt kann man den machen so blaue beten hier ja aber mach bitte kirill natürlich nicht tja top 1 prozent aber deswegen setze ich den rebuy für morgen aber auf meine kiste muss ich noch ein bisschen warten weil mit sowas will ich mich jetzt hier nicht abfaschen zocken in der defensive das ist interessant fünf steine in ihnen sollten gerade so weichen jetzt haben wir nochmal bekommen so zack 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 und jetzt spielen wir uns unser blau wieder zusammen ist irgendjemand low und könnte sterben aber grimm hält nichts aus wenn sie ihn trifft stirbt er mhm der stirbt nicht so und dann haben wir dann nur noch einen überfall offen den mache ich sobald er verfügbar ist aber den kriegt ihr nicht mehr mit schade keine kiste ich bedanke mich trotzdem fürs zuschauen bis morgen haut rein tschau